So, und einen wunderschönen, ähm, wünsche ich euch, ich hoffe, euch geht soweit gut, ähm, zuallererst, ja, herzlich willkommen zum ersten wirklichen Video, richtigen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe was ziemlich Nices für euch, ähm, dadurch, dass wir auch Twitch, sag ich mal, die ganzen Clips durch die CMA und die ganze Kacke löschen mussten, ich aber trotzdem diese Clips gesaved habe, ähm, habe ich heute für euch das Best of 2020, was wir so quasi auf meinem YouTube-Kanal, äh, auf meinem Twitch-Kanal, vielleicht bin ich wieder komplett los, auf meinem Twitch-Kanal alles, was passiert ist, haben wir heute quasi ein kleines Best of, habe ich für euch vorbereitet, ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und nicht vergessen, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, macht das sehr gerne noch und ja, es wird nicht mehr lang gesabbelt, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Best of, gönnt euch und lasst auch gerne noch eine positive Bewertung da, viel Spaß. Was ist denn, oh mein Gott? Nichts, ich habe mich, ich habe mich gerade erschrocken, war eine Spinne im Auto. Au. War sie gedötet? Spinne im Auto? Fall an, fall an! Fall an, fall an, fall an, fall an, fall an, fall an, fall an! Gott! Oh! Ja, okay, es sei mir nicht gegönnt heute. Also, wir brauchen nicht drüber reden, dieser, dieser Monat ist abnormal. Ist einfach abnormal. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich kann, also, nächsten Monat, im Juni, kann ich euch sagen, wie wir an Subs droppen werden. Außer natürlich, das geht so weiter. Oh, ich sehe gerade, mein Stuhl geht in den Arsch. Ein Stuhl geht in den Arsch. Oh, das Silikon, nicht Silikon, hier diese Armablage hier, weiß nicht, was das für ein Material ist, so dieses Schaumstoff, nicht Schaumstoff, sondern, ah, was heißt das denn? Chat, Armdinger hier, was ist das? Oh, die Arme drauf, wie war das für ein Dingens? Plastik. Plastik ist doch nicht hier dieses Gemütliche. Och, Chat, dass das eine Armlehne ist, weiß ich, aber was für ein Material ist das hier, Ottos? Gumminer, ist das Gummi? Armlehne, Alter. Wie aus, welchen Stoff ist die Armlehne? Warte kurz. Ich lasse ihn jetzt auch aus! Hier. Prinzipiell. Die ist nicht an. Die ist nicht an. Es sind gerade eben drei, drei Regler. Zumindest der linke, der ist auch aus, ich wollte schon sagen. Eben, der ist auch aus. Wo ist denn? Hä? Alter. Chat, ihr macht mich, ihr macht mich kirch. Ich lasse das jetzt so, wie es ist und ihr seid umgefallen. Ey, geht das, Chat, das ist Karma. Das größte Dank geht hier an der Stelle natürlich raus in die Mods. Bis auf eine Person haben es alle geschafft herzukommen, und deswegen, Leute, ein Hashtag Mods loben definitiv in den Chat. Ich finde es schön, dass ihr hier wart. Mit Abstand das schlechteste Mod-Team hier auf Twitch. Liebe geht raus an euch. Oh, diese Vorstellung in meinem Kopf. Ja, aber nur kurz. Aber nicht dein Schwanz, jetzt habe ich keinen Bock drauf. Die? Keine Angst, der ist nicht so groß. Ja, Franka halten, klar. Komm, steh auf. Du Arschloch, steh auf. Au. 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Bist du mich verarschen? Du kannst in Zukunft deine Arschhaare alleine rasieren. Was hast du nicht gemacht? Was hast du nicht gemacht? Ich bin eine fucking Streamerin mehr auch nicht und ich mach teure Gasgrills kaputt. Voll das schöne Cosplay. Es kommt hier kein Meter. Gamescom war aber schlimmer. Ja, Gamescom, also ich bin Dreamhack total süß, weil das, ich weiß irgendwie, es ist so familiär, so, nie so groß wie die Gamescom. Kommt der von hinten? Darf ich mit dem auch fahren, Fabi? Damit säge ich allen Menschen die Beine weg. Aber wahrscheinlich das war schön, sie die Karten zu haben. Ebenso. Tschüss oder darf? Tschüss. Oh nein, es ist Stromast! Oh! Oh Gott, es ist noch Stromast! Blut! Ah! So viel Stromast! Ah! So viel Stromast! Wuhu! Bruder! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Oh! Ey, das ist mega! Nipi! 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 Oh! Ich kann nicht mehr! Tom! Ah! Ah! Hallo! Scheiße! Auch im Glück. Ich hab schon viele Autos gesehen oder gefahren. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber der geht halt noch so ein bisschen unten rein. Weil der halt, also ne? Und weil er so lang ist. Gut, hinten könnte es eng werden. Kommt er doch... Warte mal. Kommt er doch... Hä? Schau! Geht halt so gut unten rein, weil er so lang ist. Schön, ey. Ich geh kaputt, ey. Wie schaffst du es, mit allem was du sagst, irgendwas komplett Zweideutiges zu sagen? Es ist unglaublich. Nein! Das ist super versteckt. Ist das wirklich ein Perk von... Oh nein, ich kam auf! Scheiße! Hast du ein Perk drin, dass wenn du jemanden von uns griffst, wir aufschreien? Malachi, 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 Malachi... Aber das muss ich auf ihn... Das werde ich toppen. Aber nicht heute. Ich hab drüber nachgedacht. Aber ich... Hätte alleine, hätte ich niemanden Weibliches gehabt, der für mich einen Ring aussuchen hätten können. Der muss vernünftig geplant sein. Scheiße, ich komm nicht mehr hoch! Au! 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 Was? Mach schön, der Mensch, geht's dir gut! Ich mag nicht immer. Können Sie mich bitte umbringen? Einen drüber für den guten Tag. Mein Name ist Rottel. Hier wird niemand umgebrochen. Was kann ich? Wir haben eine kleine Umfrage für Sie. Ich will keine Scheiß-Umfrage machen! Hat Ihnen dieser Zunge heute gefallen? Nein! 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 Ich drück einen Scheiß-Druck irgendwo drauf! Ah! 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 Scheiße, der Killer kommt! Der Killer kommt! Shit, shit! Du bist so ein Fick! Scheiße, warum kriegst du die Familienweg rein? Was ist das? Ah! Ah! Scheiße! Ah! 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 Ich fass dich ein bisschen mit einem Piepen! Und ansonsten sehen wir uns vielleicht morgen, je nachdem ob Tim den ganzen Tag schläft! Oder auch nicht! Oder mal gucken! Und ich bin mit meinem Tampon da rum! Ähm! Du auch so! Wat? Was? 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 Was mit dem Tampon? Drei, das wäre ein Haus brennt ab! Ey! Ihr habt kein Vertrauen hier gegenüber! Ohne Scheiß! Null Vertrauen! So! In Deutschland haben die ein Haaren an? Und ich schliss die welche! Und ich schliss die welche! Warte! Und ich schliss die welche! Und ich schliss die welche! Und ich schliss die welche! Du redest mit einem! Nein, Philip, ich kenn deine Bude! Du hast da kein Haaren drin! So viele Frauen wollen dich gar nicht! Ich halte doch nicht die ganzen Ollen bei mir, ey! Das ist doch voll laut und stinkt doch! Hahahaha! 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 Das ist ja im Arschlutschen! Oh fuck! Jetzt hat ich was anderes gesagt! Wat? Hahahaha! Ich hab am Arschlutschen gesagt! Ja! Hör ich die zu! Putz deine Füße damit der Dreck nachrutscht! Kann das mal jemand zumachen? Kann ich das selber zu machen? Hahahaha! Hahahaha! Ah Gott! Hol ihn runter! Hol ihn einfach runter! Hol ihn einfach einen runter! Also hol ihn runter! Ich bin da nicht gut drin! Hahahaha! 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 Du musst dich wenigstens mal rasieren, bevor ich mich auf dich draufsetze, ey! Hahahaha! Du zieht hier Stellung und ich führe einen Trupp nach Strang... Hahahaha! Für dich rasier ich mich nicht! Das kannst du mal guessen! Ja, hab ich gesehen, ey! Guck den! Also, weißt du... Pflaumen! Okay, aber... Das ist ja... Das macht dir stolze 50-jährige Männer traurig, ey! Also... Au! Au! Fuuuck! Au! Dann kann die auch helfen, ey! Ja! W- 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 Ja, Sani! Wir wollen grad ins Bett! Aaaaaaah! Sani! Das ich jetzt weiß, dass wahrscheinlich irgendeiner von diesen tausend Schlag-mich-tot-Leuten mit Sicherheit gerade auf der Toilette hockt! Und wenn genau du gemeint bist, schau dir tief in die Augen, Brudi! Schau dir tief in die Augen! Diese eine Person, die gerade auf der Toilette sitzt! Schau dir genau in... Genau in die Augen! Weil... Wie gesagt, ist ja nicht safe, dass ich morgens... Oh! So schnell! Oh mein... Gott! Wo kommen sie her? Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute... Wer hat denn das letztes Mal gehabt mit dem aufs Klo gehen? Es gibt jetzt hier mindestens eine Person, die auf dem Klo ist! Ich sehe dich! Ich sehe dich! Du bist grad auf dem Klo! Und ich sprech mit dir! Ist doch heute morgen jemand rot geworden im Stream von Fabi? Ja, auch Fabi war heute früh ja voll süß in seinem Stream gewesen! Wie der mich supportet hat! Wie der Werbung für mich gemacht hat! Voll der süße Boy einfach! Voll der süße Boy! Und Leute... Wir haben es auf der Dreamhack gecallt! Ich fahre, sobald es möglich ist, mal zu Fabi runter! Und dann werden wir live im Stream, werde ich bei Fabi und den Trecker fahren! So und damit sind wir durch, Leute! Ja, an der Stelle möchte ich mich schon mal ganz, ganz, ganz lieb für das wunderbare Jahr 2020 bedanken! Auch mit Corona hatten wir super viele nice, geile Streams gehabt mit jeder Menge Highlights! Das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was ja auch wirklich geschehen ist! Ja, einfach nochmal ein dickes Danke! Und ich wünsche euch was! Dankeschön! K Petrage Soci double Zv 겁니다 Bye-bye! Ich hoffe, Leute, ich liebe sie nur damit Anyway位41- Malarbeit, Genau! So haben wir hier ! Nachrichten?